Um Dir die Zusammenhänge zu erklären und das Ganze für Dich anschaulicher zu gestalten, verwenden wir Szenen aus dem Leben einer Schülerin und eines Schülers. Emma und Leon Sie sind beide völlig unterschiedliche Charaktere und haben auf vielfältige Weise mit verschiedenen Problemen des Schulalltags zu kämpfen. Und nun müssen sie auch noch zusammen eine Hausarbeit und eine Präsentation ausarbeiten, obwohl sie eigentlich noch nie miteinander gesprochen haben und sich eigentlich auch gar nicht leiden können. Ihre Geschichte ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt, die jeweils das Hauptaugenmerk auf ein bestimmtes Thema legen. Im Laufe der Handlung wirst Du oft Parallelen zu Dir selbst ziehen können. Hierbei lernst Du wirklich was fürs Leben. Und nun viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Hören. Steckbrief Hi, ich bin Leon. Ich besuche die 10. Klasse und ich bin Klassenbester. Ich bin Einzelkind und meine Eltern würde man wohl als Helikoptereltern bezeichnen. Wenn Du meine Mitschüler fragst, dann würden sie mich als unbeliebt charakterisieren. Schüchtern, spießig und ruhig. Aber mein Berufswunsch ist Schauspieler. Nur meine Eltern sind der Meinung, ich soll Arzt werden. Hallo, ich bin Emma. Ich gehe in die 10. Klasse und mein Notendurchschnitt liegt zwischen 3 und 4. Da meine Eltern geschieden sind, muss ich oft auf meinen kleinen Bruder aufpassen. In der Schule bin ich sehr beliebt. Meine Freundinnen sagen, dass ich verrückt, lustig und selbstbewusst bin. Ich will später Erzieherin werden.